moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute geht es weiter in ark denn wir in der letzten folge den turm versaut ich habe den noch mal nachgebaut gerade eben also die plattform zumindest und mal schauen ob das klappt wie ich mir das so vorstelle erstmal müssen wir auf jeden fall hier den turm wieder entnehmen also abreißen ups so war das nicht geplant naja gut zack zack denn das war nicht ganz falsch aber auch nicht ganz richtig so ja wie kriegen wir den turm jetzt direkt so ran was er dann auch gerade ist da kann man die schräge noch irgendwie ne ist blöd auf jeden fall wenn wir jetzt hier so zwei raus schräge da haben wir wieder das komische problem war nur hier jetzt geht's wieder oh ne moment hier ist der fehler denn wir müssen zwei raus so so weg damit jetzt kommt der schräge so so jetzt muss er hier mal weg so jetzt auf jeden fall wieder eine schräge so steht auf jeden fall im weg ich glaube wir müssen eh dann hier anfangen schwierig wenn wir jetzt hier eine schräge provisorisch das war vollkommen falsch das ist kacke so die ganze sachen hier im weg stehen ups ja können wir auch mitnehmen erstmal so das problem erst die pistole weg und dann kann man bauen so also würde das vielleicht gehen ja wir können es halt mal hoch bauen können wir das auch 50 dann sehen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier kommt dann auf jeden Fall die Tür hin, hier kommt dann, hier kommen auf jeden Fall noch Platten hin dann, eine Treppe nach oben. Hm. 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 Ja, ist halt ein wenig blöd. So würde das gehen, nur halt, wenn dann hier nicht, ähm, wie kriegen wir das hin, wenn, dass wir dann hier auch, äh, eine Schräge haben. Hm. Muss ja irgendwie gehen. Hm. So, ich hab ne Idee, wenn wir jetzt, ähm, ja das würde auch nicht funktionieren geh doch weg pistole ja ja das ist das problem wir kommen dann nicht mehr hoch hier kurz eine mauer hier abreißen ja 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 wieso ist da ne verstehe ich nicht so jetzt zack wieso können wir das nicht dahin platzieren ah dieses spiel warum nicht es geht boah das macht auch keinen sinn so können wir auf jeden fall die mauer nicht hinsetzen hohe moment mal hier sehen wir auch noch soundfundament wenn wir das so schräg hin packen müsste das ja eigentlich funktionieren so so natürlich noch die zutaten so 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 gut leute wir machen in den nächsten folge weiter denn der torr muss halt fertig werden und ich probiere dass ich suche die zutaten und so weiter und fort auch für die treppe und so so damit wir den hier komplett hochgehen können denn man muss ja irgendwie auch auf den, steckten titt früher somit muss das halt auch gemacht werden gut dann vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder